so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die aramis von jgwb ich meine es ist wieder eine neuheit genauso wie die vorsicht spoiler vielleicht ist ja auch schon online die spartacus ja ich sehe gerade die hat ja gerade mal nur 320 gramm ist also so ein mittelklassen ding wir haben hier im gegensatz zur spartacus weiß blinker aus feuertopf und oben fette blinker also wieder ein richtig schönes blinkergerät ich bin wirklich sehr guter dinge dass sie richtig rein scheppern wird aber wir werden uns jetzt davon überzeugen wir gehen jetzt raus und zünden die jgwb aramis an let's go aramis jgwb genau so Alter, wie die scheppert. Ein Hammerding, ey. Fühlt ihr die Salute? Ja, wirklich. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.